Hallo und ganz herzlich willkommen bei SciWorldsoft. Heute geht es mal darum, wie wir unser E-Mail-Konto von Gmail, also von Google, wie wir dieses E-Mail-Konto bei Microsoft Outlook einbinden können. Es gibt dazu einiges zu sagen, es gibt auch einige Probleme und deswegen richten wir das jetzt hier mal gemeinsam ein. Wir beginnen damit, ich habe mich hier in mein Google-Konto erstmal im Browser eingeloggt. Ihr seht das hier oben, ich bin also in meinem Gmail-Konto hier angemeldet. Wir klicken zuerst auf unseren Namen hier, dann auf Google-Konto, sind jetzt hier in unseren Einstellungen und jetzt gehen wir hier auf der linken Seite auf den Punkt Apps mit Kontozugriff. Gehen hier nach unten bei dem Punkt Weniger sichere Apps zulassen, da ist das Ganze standardmäßig hier auf Ausgestellt, das stellen wir auf Ein. Weiter geht es mit Microsoft Outlook, starten wir dazu also hier Outlook. Das ist jetzt hier die Version 2016, also eine recht aktuelle Version von Outlook. Nachdem das Ganze hier gestartet ist, gehen wir hier oben auf Datei, dann auf Konto hinzufügen. Geben jetzt hier als erstes unseren Namen ein, hier unten jetzt unsere E-Mail-Adresse und hier unser Passwort und hier nochmal unser Passwort. Danach gehen wir hier unten auf Weiter. Ja, das war es im Grunde genommen hier schon. Wir können jetzt nur auf Fertigstellen klicken und damit ist das Konto hier schon erfolgreich eingerichtet. Wir können jetzt hier mit diesem Konto ganz normal E-Mails schicken und empfangen und natürlich auch hier unten unsere Aufgaben einstellen. Ja, das war es dazu. So einfach ist das. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag. Dankeschön. Tschüss.